oh bring the action hallo herzlich willkommen zu einem neuen let's test mein name ist mega gameplay guru und ihr seht schon oben links wir testen heute district 187 ja ich habe schon mal gezockt kurz mir ist aufgefallen wenn ihr das spiel über steam ladet bekommt ihr ein bisschen geld hier seht ihr es gold 25.000 ich glaube 28.000 bekommen am anfang hier sehen wir mein char ist noch ziemlich original also ich habe mir das das tuch hier verändert und eine waffe brauche ich eine neue ja kaufen wir uns mal hier gar nicht und das nehmen wir hier ist gut 74 47 ich nehme mal die akka 74 sieben tage ja gut ging dir das inventory hier weapons ok ist dabei das war zu weit quick join einfach mal ja so nein wie ging denn das hier euro euro ich meine ich so team def match und start ja das ist die das team ja genau das spiel gibt es gratis bei steam sowie ich bin bereit alle ich habe es leckt wieder ähm es ist ihr werdet schon noch sehen ah mein gott Man, dieser K-Sound ist immer... Junge, das gibt's ja nicht. Also, normalerweise weiß ich nicht. Irgendwie treff ich mit der Garde. Alter, da bleibt mir wohl stecken hier, so. Hm? Ah, von hinten. Nichts, Alter. Ach, schleif dich! Ah. So. Jetzt aber. Kann gar nichts mehr. Ja, komm! Fuck. Also, ich weiß nicht... Das Spiel ist jetzt nicht so geil, irgendwie. Oh mein Gott. Kommt er jetzt her? Oder ich bin aber ohne schlecht. Das kann man auch sagen. I'm in position. Ja, im in position. Los, spring doch! Alter, wir sind... Patricius. Mixer. I'm in position. It all ends here. Alter. Ist das Steuerung? Grenade! una! Nein! Ja, Mann! Come on! Haltie, wie viel Leben haben die? I'm in position. Was ist denn mit dem Ton, Alter? Was ist so leise? Oh mein Gott. Ich bin 2.000 Team mit 6 zu 9, wow, also die sind echt alle... Dieser Ping von denen ist auch so toll, echt. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh mein Gott, dieser Sound! Ich bin bereit. 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 x4 Da fehlt was an der Waffe, oder? Das dauert noch ein bisschen chm ´ visto was wir noch verdienen non, ähh, bomb können wir auch mal spielen NTION So Start Also, nein, ich weiß nicht, was ich von dem Spiel eigentlich hatte, sondern grafisch ist es okay, es ist gratis, man bekommt anfangs statt Kapital, aber ich würde für das Spiel kein Geld ausgeben, ganz ehrlich. Weiß nicht, dafür hat es irgendwie zu viele Fehler. Also, ist der letzte, naja, weiß nicht. Ist jetzt nicht so aufregend. Oh, wir haben gewonnen. Gar nicht gemerkt. Hat ja ein bisschen was von Counter-Strike irgendwie. Bis auf das man den Counter-Strike nicht anvisieren kann. Die Granate ist irgendwie so groß. Ich muss da her campen. Ist ja keiner. So, Bombe ist gelegt. Wir sind, passt. Und wir haben fertig. Wir haben fertig. Was ist das für ein Deutsch? Of course. I came back here. Runde 12. Oh mein Gott. Wir sind aber am verlieren. Das ist schon wieder so, wie wir alles gekauft haben. Das ist nur... Free to play. Ja, natürlich. Aber der kann zu uns. Oh mein Gott. Aber trotzdem. Ganz ehrlich. Ich würde für solche Spiele niemals Geld ausgeben. Ganz ehrlich. Irgendwie. Ein Schuss irgendwo hin und der ist tot. Ganz ehrlich. Also. Das ist schon wieder. I came back here. Schwohl. Das Feindliff eigentlich an. Ich kann mich nicht. Oh mein Gott. Das nervt. Wirft die Granate viel zu spät. Battle Juice. Mit der Sniper. Nein, das ist scheiße. Ich kann nicht snipern. Vor allem in diesem Spiel wahrscheinlich gar nicht. Ich kann auch so nicht spielen. Aber trotzdem. I came from hell. I came from hell. Ja, sicher. Genau. Was ist denn sonst? Schwuchtel, Alter. Wer war das? Die STV 1.0. Oder soll es irgendwas heißen? Ja, kein Premium. So. Wer durch Wände schießt. Es ist in Crete. Alter, was ist das für eine Waffe? Na komm. Gott. Gott. Ein Schuss. Der ist weg. Ich bin von hell. Ich bin von hell. Ah, haha, haha, ah, yeah. Sind alle in BattleJuice, Madame, ne? Benny und S, na, Blitz und S sogar nicht. Die sind alle in einem Clan. Go, go. Go, go, go. Ist das Spanisch? Ich glaub schon, oder? Diese andere Mission finde ich echt nice. Also, die andere Mission haben sie wirklich gut gemacht vom Bombenlegen. Das hat schon was. E, oi, oi, der trifft nicht. Okay, also, das Spanisch ist noch fertig. Nein. Go. Hol' ich die... Scheiße! Nein. Ich dachte, die fliegt überall. Oh. Oh, Scheiße. Hm. Ich muss nicht anwesieren, nein, ich kann das so. Mein Gott, wie lange spielen die, bitte? Ja? Hm. Level Up! PVT, wir haben nur Gift, das muss ich mir doch gleich anschauen. Wo ist dein Inventory, schätze ich mal, Other Items, XP Up, 50%, One Day, also ich glaube ich spiele es, ich spiele hier nie wieder, also es wird dann sofort deinstalliert. Oh mein Gott, was das kostet? Ja gut Leute, ich glaube ihr habt alles gesehen, was wichtig ist. Was kann man hier noch so machen? Hier kann man gar nichts sehen mehr, Caravins, Dirt Side, achso hier kann man das, ach mein Gott. Hier kann man das also machen. Wie kann man das jetzt machen? Achso, nein, hier, 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 nein, kann man das machen. Das ist die, was ich will, jetzt muss man das machen. Dann krieg ich mir noch eine, jetzt kommt das, was ich the best. Aber wie kann man das jetzt installieren da? Oder sieht man das hier einfach nicht. Ah, hier Equipment Mod Hier Ah, okay, so geht das Das hier Achso, Moment, das geht hier nicht Was ist das? Das ist Farbe Das hier, so Ah, okay, so geht das Da könnten wir noch so ein Visier dran klatschen Nehmen wir sowas Achso, ist schon drauf Ah, hätten wir das jetzt ja auch noch, oder was? Na gut, dann schauen wir noch ganz kurz Wie das hier so aussieht jetzt Mit der neuen Visier und so Dann laden wir der da auch hier mal, ne? Oh mein Gott Ah, das geht schon besser Ah, das geht schon besser Hm, hier ist niemand. Vorletzter, Lebender. Jetzt werde ich allen nach A rennen. Das werde ich auch machen. So. Scheiße. Steh ab. I came back here. Keine Ahnung, wo der andere Spawn ist. Ich glaube, das ist einfach mal irgendwo hin. Oh mein Gott. Das ist von Counter-Strike. Eindeutig. Diese Doppeltüren, wo man so durchschießen kann. Oh mein Gott, die verzieht die Waffe. Oh mein Gott, oh mein Gott, die verzieht die Uhr. Aber, oh nein, da habe ich keine Lust mehr drauf. So, scheiß drauf. Also, ihr habt, glaube ich, jetzt alles gesehen. Was das Spiel angeht, es geht. Nicht so das Beste. Und wenn man vielleicht von vor Augen mal reinsteckt, dann könnte es ganz okay sein. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer MegaGambleGuru. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.